Meine Top 15 Eselsbrücken zum Lernen für die B-Lizenz. Einige haben Schwierigkeiten, sich manche Begriffe zu merken. Und ich merke das immer selber mit guten Eselsbrücken, mit guten Merkhilfen. Und hier möchte ich dir mal meine Top 15 mit an die Hand geben. Und das betrifft natürlich hauptsächlich die Themen Anatomie und Physiologie, weil man gerade in diesen Bereichen eben auch ein bisschen auswendig lernen muss oder weil man da einfach ein paar Begriffe kennen muss. Es gibt halt nicht für alles Eselsbrücken, aber für einige Sachen. Und wenn du diese Sachen schon mal besser merken kannst durch dieses Video, durch den Podcast hier, dann ist es schon mal nicht schlecht. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Eselsbrücke Nummer 1. Und zwar betrifft das den Beinbeuger, die ischikorale Muskulatur. Besteht ja aus vier Anteilen. Einmal den Semitendinosus, Semimembranosus, Bizepsfemores, kurzer Kopf und langer Kopf. Und die haben einen unterschiedlichen Ansatz. Der Ursprung ist ja vom Semitendinosus und Semimembranosus am Sitzbeinhöcker und die ziehen eben zum Schienbein. Und hier merke ich mir immer, dass so, weil Semimembranosus und Semitendinosus fangen beide mit S an und hören beide mit S auf. Und der Ansatz fängt auch mit S an, also der Ursprung fängt auch mit S an, also Sitzbeinhöcker. Und der Ansatz fängt auch mit S an, also Schienbein. Und so kann ich mir das immer merken, S vorne, S hinten, auch S beim Ursprung, S beim Ansatz. So kann ich mir das immer gut merken. Und dann weiß ich halt, okay, der andere Teil, der Bizepsfemores, der lange Kopf, der entspringt zwar auch am Sitzbeinhöcker, aber der zieht dann eben zum Wadenbein, genauer gesagt zum Wadenbeinköpfchen. Und der kurze Kopf zieht dann eben auch zum Wadenbeinköpfchen und der entspringt dann einfach nur an der Oberschenkelrückseite. Und so kann man sich schon mal super merken, wie der Ansatz und Ursprung ist bei der ischikoralen Muskulatur. So kann ich mir das immer sehr gut merken. Und dann noch ein zweiter Tipp, eine zweite Eselsbrücke zum Thema Latissimus und Trapez. Bei Latissimus und Trapez sind es diese großen Rückenmuskeln, die eben auf das Schultergelenk aber wirken. Und da kannst du dir merken, bei diesen großen Rückenmuskeln, dass die immer ihren Ursprung haben an den Dornfortsätzen der Wirbelsäule. Niemals an den Querfortsätzen oder auch niemals nur an der Wirbelsäule. Okay? Zum Beispiel Iliopsoas, der entspringt da zum Beispiel nicht an den Quer- oder Dornfortsätzen, sondern er springt dann direkt an den Wirbeln der Wirbelsäule. Aber bei diesen beiden Muskeln, Latissimus und Trapez, ist immer eben der Dornfortsatz. Weil wenn du dir die Muskeln auch anschaust auf dem Bild, dann siehst du auch, dass da ja keine Lücke dazwischen ist. Und wenn die beim Querfortsatz entspringen würden, dann wäre da auch eine Lücke. Und beim Dornfortsatz ist es eben einfach geschlossen. Und da ist die Zunge dann keine Lücke vorhanden. Also das kannst du mir merken, Latissimus und Trapez immer Dornfortsatz. So, dann dritte Eselsbrücke. Immer Ansatz und Ursprung von der Bauchmuskulatur und der Rückenmuskulatur. Also hier meine ich nicht die Rückenmuskulatur, die aufs Schultergelenk wirkt, wie zum Beispiel Trapez oder Tissimus, sondern die autotone Rückenmuskulatur, die echte Rückenmuskulatur, also Teile des Erektors Biene, des Rückenstreckers. Und normalerweise ist es ja so, dass immer der Ansatz, also der Ursprung ist immer proximal und der Ansatz ist immer distal. Was bedeutet proximal? Proximal bedeutet immer zur Körpermitte hin oder nah an der Körpermitte. Und distal bedeutet eben körperfern. Zum Beispiel beim Bizeps kann man das super gut anwenden. Da ist ja der Ursprung eben zum Beispiel hier im Schultergelenk oder auch am Schulterblatt, am Rabenschnebelfortsatz und zieht dann eben zur Speiche. So und da ist es natürlich easy, wenn ich mich jetzt so ausstrecke und so eine Art Stern mache mit Füßen und Händen, dann ist natürlich der Ansatz, die Speiche viel weiter weg. Und deswegen ist der Ansatz dort eben distal. Und deswegen ist das der Ansatz. Also die Speiche ist der Ansatz. Aber wie ist es denn jetzt bei Bauch und Rücken? Weil da kann ich es dann nicht wirklich bestimmen. Okay, sind jetzt sozusagen die Rippen oder der Schwertwortsatz, ist das jetzt eben näher an der Körpermitte dran als zum Beispiel das Schambein bei der Bauchmuskulatur jetzt? Und da kannst du immer ganz normal merken, auf der vorderen Seite des Körpers, also beim Bauch, ist immer Ursprung, Ansatz. Also Ursprung ist oben, Ansatz ist unten. Das heißt, es zieht nach unten. Und auf der anderen Seite ist es meistens umgekehrt. Das heißt, es zieht nach oben. Da ist der Ursprung zum Beispiel vom Longissimus zum Beispiel. Das ist ein Teil des Ursprungs zum Beispiel am Kreuzbein. Und da zieht es sozusagen von unten nach oben. Also wenn du vorne drauf schaust, dann ist immer Ursprung oben, Ansatz unten. Und beim Brückenstrecker ist es genau andersrum. Ursprung unten, Ansatz oben. Da kann man eben dieses distale Proximal nicht so gut anwenden, weil ist jetzt die Körpermitte, das Gesäß oder die Hüfte oder der Bauch. Das kann man nicht ganz genau sagen, aber so kannst du es immer gut merken, was der Ansatz und Ursprung ist. So, dann gibt es noch eine andere E-Sitzbrücke, die E-Sitzbrücke Nummer 4. Und zwar ist es der Ansatz von Bizeps und Trizeps. Wo zieht jetzt der Bizeps hin? Wo zieht jetzt der Trizeps hin? Und das Erste, was man sicher merken kann, ist auf jeden Fall Bizeps und Trizeps. Das ist ja 2 und 3. Also der Bizeps hat 2 Köpfe, der Trizeps hat 3 Köpfe. Und der Trizeps ist damit sozusagen der größere Muskel mit 3 Köpfen. Und der größere Muskel zieht auch zum größeren Knochen im Ellbogengelenk hin. Jetzt wirst du dich fragen, okay, was ist denn der größere Knochen im Ellbogengelenk? Die Elle oder die Speiche? Es heißt der Ellbogengelenk und nicht Speichengelenk, so merke ich mir das, ja. Keine Ahnung, ob es daran liegt, aber auf jeden Fall ist die Elle der größere Knochen im Ellbogengelenk. Das heißt, der größere Muskel, Trizeps, zieht zum größeren Knochen zur Elle hin. Und dann weißt du genau, okay, Trizeps, Elle, Bizeps, Speiche. Der Bizeps, der kleinere Muskel, der zieht eben zum kleineren Knochen hin. Und was meine ich mit größeren, kleineren Knochen? Einfach die Elle ist einfach vom Volumen her im Ellbogengelenk größer als die Speiche. Und im Handgelenk ist es dann, glaube ich, genau andersrum. Da hat dann die Speiche, glaube ich, das größere Volumen. Und da sieht einfach auch größer aus, als auf dem Anatomie, also in diesem Skelett zum Beispiel. Das sind so Tipps, wie du das zum Beispiel supermerken kannst. Jetzt verlassen wir so ein bisschen die Muskulatur und gehen mal zu den ganzen Richtungsbezeichnungen und sowas über. Die sind ja auch nicht gerade einfach zu merken. Und da habe ich auch noch einige Übungsbezeichnungen, einige Eselbrücken für dich. Aber davor noch eine andere Eselbrücke, und zwar zu den Knochenzellen. Also, dass zum Beispiel Osteoblasten, die bauen den Knochen und Osteoklasten, die klauen den Knochen. Das ist eben das B und das KL. B steht für bauen, KL steht für klauen. Das hängt sozusagen damit zusammen, also wenn es zum Beispiel um das Krankheitsmittel Osteoporose geht, da kommt es bei uns in der B-Lizenz zum Beispiel vor, welche Knochenzellen eher Knochensubstanz aufbauen oder welche dann eben Knochensubstanz abbauen. Und da gibt es eben dieses Osteoblasten, Osteoklasten. Osteoblasten bauen den Knochen, Osteoklasten klauen den Knochen. Das ist Eselsbrücke Nummer 5. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Richtungsbezeichnungen, und zwar Kranial. Kranial heißt ja auch zum Kopf hin. Und Kranial klingt ähnlich wie das Wort Kran. Und deswegen, ein Kran ist natürlich auch immer oben. Ein Kran geht dann in die Luft, nach oben. Und Kranial bedeutet also auch immer zum Kopf hin, also auch wieder nach oben. So merke ich mir das immer mit dem Kranial. Und Kaudal ist eben einfach das Gleiche. Das heißt dann einfach eher nach unten sozusagen, beziehungsweise vom Rumpf ausgehend nach unten. Zum Rumpfen, zu den unteren Extremitäten hin. Genau. Dann einmal Lateral. Lateral bedeutet einfach von der Medianebene, von der Körpermittelebene weg, also nach außen. Und hier kannst du dir das so merken, dass zum Beispiel die Torlatte beim Sport oder auch der Latissmus dorsi, die befinden sich alle immer außen. Und die liegen also von der Mitte entfernt. Also Mitte ist halt medial. Das ist immer die Mitte. Das kann man sich sehr einfach merken. Und Lateral ist eben immer außen. Also der Latissmus zum Beispiel ist ja auch eher ein Muskel, der weiter außen liegt, zum Beispiel als die autotone Rückenmuskulatur. Und deswegen kannst du dir immer merken, okay, Lateral wird einfach weiter außen gelegen, beziehungsweise von der Medianebene weg nach außen. Dann medial habe ich gerade schon angesprochen, zur Medianebene oder zur Körpermittelebene hin. Und das ist einfach Medium, Mitte, das ist sehr naheliegend, dass das eben medial heißt, zur Mitte hin oder zur Körpermittelebene hin. Dann Eselbrücke Nummer 9 ist Plantar, das heißt zur Fußsohle hin. Und das merke ich mir so, und zwar Plantar klingt ähnlich wie Plants. Und Plants, die wachsen einfach am Boden. Und auch die Fußsohle befindet sich am Boden, wenn man zum Beispiel geht. Und deswegen ist hier die Eselbrücke, okay, Plants sitzen am Boden, Fußsohle ist auch am Boden, Plantar zur Fußsohle hin. So kann man sich das merken. Eselbrücke Nummer 10, Distal, haben wir vorhin schon gehabt, das heißt eben vom Rumpf weg. In manchen Fällen heißt es eben auch vorne. Und Distal hat denselben Körperstand wie das Wort Distanz. Und das sagt ja auch eben, es ist weiter weg, es ist entfernt, es ist eben nicht nah, sondern es ist distanziert, es ist eine bestimmte Distanz dazwischen. Und deswegen kann man sich das auch gut merken, Distal, Distanz ist weiter weg. Dann Elftens, Radial heißt zur Speiche hin. Radial hat denselben Wortstand wie das Wort Fahrrad oder Rad. Und ein Fahrrad hat natürlich Speicheln, also ist Radius oder Radial heißt eben zu speicheln und Radius ist eben die Speiche. So kann man sich das super merken. Dann ist es Begriff Nummer 12, die Abduktion, das Wegführen der Extremitäten vom Körper. Und Abduktion heißt in beschreiten Abspreizung, also beispielsweise vom Oberarm hier oder auch vom Bein, abspreizen. Und jetzt kann man sich gut merken, weil A, B abspreizen, Abduktion, dann weißt du mir genau, was es ist. Und im Gegensatz ist es eben die Abduktion, das heißt das Heranführen einer Extremität. Zum Beispiel hier, wenn ich von hier nach hier wieder gehe, also wenn ich den Arm auf der Horizontalen habe und dann wieder zur Hüfte senke zum Beispiel, dann ist das eben das Heranführen, das ist eine Abduktion. Dann Punkt Nummer 13 ist die Retroversion, das Wegführen der Extremitäten vom Körper nach dorsal, also nach hinten. Und das beschreibt eben eine Bewegung nach hinten oder zurück. Und so Gegenstände oder Klamotten, die so eher retro sind und aus den Jahren gekommen sind, das sind eben Jahre, die hinter einem liegen oder die zurückliegen. Und so kannst du dir zum Beispiel dorsal auch merken. Nicht dorsal, sondern Retroversion. Retro ist eben was weiter, was oldschool ist, was weiter zurückgelegen ist, also zurückführen der Extremität oder wegführen der Extremitäten vom Körper nach dorsal, nach hinten. Dann 14, Suppinationen verdrehen nach außen, also zum Beispiel so, das ist die Suppination, also wenn meine Handfläche zuerst unten ist und dann oben ist, dann ist das eine Suppination. Und hier kannst du zum Beispiel merken, wenn du einen Suppenteller tragen musst, dann hast du die Hand auch in einer suppinierten Stellung und das ist eben dann die suppinierte Stellung. Also Sub, Teller, Suppination, du merkst den gleichen Wortstamm wieder oder dieses SUP, damit kannst du dir das super merken. Und das waren jetzt eben einige Lage- und Richtungsbezeichnungen, die du somit gut merken kannst. Und jetzt am Ende habe ich noch einen Tipp zum Thema Physiologie, und zwar zum Thema Systole und Diastole. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, beziehungsweise ich stelle mir das ein bisschen komisch vor, aber so kann ich es mir trotzdem immer gut merken. Und zwar stelle ich mir vor, dass ein ABC aufgestellt ist und ganz unten ist zum Beispiel das A und ganz oben ist zum Beispiel das Z. Und im ABC ist sozusagen, das D ist sozusagen dann niedriger, Diastole, und das S, die Systole, ist sozusagen höher, wenn ich mir vorstelle, dass von A bis Z das eben nach oben geht. Und dadurch weiß ich jetzt, dass die Systole das ist, was es beginnt, wenn ich es eben von oben betrachte, und danach kommt eben die Diastole. Das heißt, diese Auswurfphase, also die Anspannungsphase und die Austreibungsphase ist eben Systole. Damit beginnt sozusagen der Herzrhythmus, weil im aufgestellten Alphabet von A bis A unten, nach Z oben, ist das S sozusagen an oberer Stelle. Und danach kommt dann eben die Diastole, die Entspannungs- und Füllungsphase. Das ist ein bisschen weit hergeholt, aber du kannst dir auch selber mal für dich selber überlegen, wenn du dir irgendwas nicht merken kannst, okay, was könnte eine Eselsbrücke sein, damit ich mir das besser merken kann. Und dann kommst du zum Beispiel auch auf solche komischen Ideen, die ich ja immer hatte, wegen Systole und Diastole, aber seitdem kann ich mir das super und wunderbar merken und muss dir immer kurz im Kopf vorstellen, ah, okay, so und so ist es, ja, und dann weiß ich das wieder, wenn ich es irgendwie mal nicht mehr weiß oder sowas, ja, aber das ist mittlerweile schon so eingebrannt bei mir, dass ich das weiß, aber früher beim Lernen war es halt dann so. Und so könnt ihr dieses Thema mit den Eselsbrücken angehen oder mit bestimmten Worten angehen, also egal wie bescheuert die Eselsbrücke auch sein mag, sucht euch einfach irgendeine und dann könnt ihr euch das Ganze besser merken. Wenn du noch mehr Lerntipps haben möchtest für die B-Lizenz-Prüfung, dann geh gerne mal auf unsere Webseite, ich verlinke dir hier mal einen Blogartikel, da haben wir dir alle Podcasts, alle Videos verlinkt, wie du für die B-Lizenz super lernen kannst, damit kannst du auf jeden Fall sehr gut lernen und kannst alles immer wiederholen, die ganzen Prüfungsfragen, da sind wahnsinnig viele Prüfungsfragen mit dabei, da ist auch das Muskeltool verlinkt, wie du super mit lernen kannst, auch der Muskelkatalog, all das ist da verlinkt, check das gerne mal aus und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, dein Tim Künalzig und ciao.